Dann geht's jetzt weiter mit Slinky. Ganz genau, so sehe ich das auch. Die längste Pizza der Welt. Super-Survival-Rennen in Gegenrichtung. Super-Survival-Rennen? Okay. Sprungfederturnier. Ein Rennen ganz oben. Slinky, der Hofhund. Schnee treiben mit Slinky aus Hofrennen. Okay. Hier sind die ganzen Aufträge. Ja gut, dann die längste Pizza der Welt. Okay. Super-Survival-Rennen? Hä? Super-Survival in Gegenrichtung. Gewinne das Rennen und schieße alle anderen Spielzeuge ab. Okay, jetzt wird's nochmal ein bisschen schwerer, wa? Jetzt passieren Dinge. Also ich muss gewinnen und alle abschießen. Krass. Okay, das ist jetzt... Jetzt zieht's doch an. Aber gut, rein von den Soldaten wäre es ja die Hälfte. 100 von 200. Vielleicht ist die zweite Hälfte dann vielleicht echt nochmal ganz anders schwer. Also ich darf jetzt nicht nur gewinnen, oder wie? Habe ich das jetzt richtig erkannt? Okay. So heißt es zumindest die Aufgabe. Ja? Krass. Läuft was? Boah, kann man da abkürzen? Schaut euch an, wo ich bin. Aber... Also ich fahre jetzt erstmal das so durch, weil ich das jetzt wissen will gezielt. Ob das... Nicht auch so geht. Oh, das war schlecht. Man muss auch da landen. Ich seh schon. Jetzt wird das nix. Verstehe. Okay, jetzt pass mal auf. Oh, scharf. Spielzeuge öffnig geblieben. Also habe ich gewonnen? Oder doch nicht? Ne, habe ich nicht. Ah ja. Ich muss alle abschießen. Wie geht denn das? Oh krass, das ist knifflig. Wow, wow, wow. Okay, krass. Okay. Dann darf ich gar nicht mal so schnell sein. Oh krass. Das könnte die bis dato schwierigste Aufgabe werden. Oh, das ist jetzt auch blöd. Ich muss ja immer voll dicht an dem dranbleiben auch. Ich brauche am besten immer einen Blitz. Habe ich jetzt nicht gekriegt. Toll. Das ist innerhalb drei Runden, aber auch innerhalb einer Minute. Die Zeit darf auch nicht ausgehen. Oh, das ist wirklich hart. Das ist hart. Das war die scheiß Schrift im Weg. Der ein Item wäre halt geil, soweit. Das war so klein. Oh nee, echt. Oh, das ist hart. Gerade noch gelobt für den Schwierigkeitsgrad. Und jetzt kommt so eine Scheiße daher, gell. Ja, lol. Letzte Runde, Digga. Was ist der? Juni. What the fuck? Wobei. Ich meine. Guck mal. Die müssen sich ja auch nur selbst abschießen. Dann sind die ja auch raus. Dann muss ich ja nichts tun. Treffer. Jetzt ist es nur noch Rocky Mack Schmocki. Komm, Rocky Mack Schmocki. Weg ist er. Und das war's. So geht's auch. So geht's auch. Die müssen ja einfach nur weg sein. Jetzt haben die sich größtenteils selbst weggeschossen. Passt. Musste nur ein bisschen an die dranbleiben. Okay, dann. Cool. Hat ja doch ganz gut geklappt. Nice. Ja, krass. Geschafft. Jetzt Sprungfieler-Turnier. Turnierrennen. Okay. Klar. Was sind das für ein Emoot-Itachi? Was ist das denn? Bla, 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 bla. What the fuck? Okay. Es kann losgehen! Äh. Affenkopf. Kaderbe. Ihr kleinen. Boah, jetzt. Oh, nee. Boah, das ist krass. Das ist krass. Weil die mich ins Schleudern gebracht haben, komme ich da nicht mehr hoch. Das. Jetzt muss ich die erstmal alle aufholen. Boah, weiß ich nicht. Ist jetzt ein Turnier, ne? Scheiße. Ja, jetzt wird's, äh, jetzt wird's hässlich. Jetzt muss ich aber hier... Und jetzt hat der mich wieder getroffen in der Luft. What the heck's? Also, boah. Aber da sind ja alle schön. Oh, danke fürs Schubsen. Auch gut. Jetzt krieg ich einen scheiß Blitz. Geil. Komm, hopp. Slinky, ab geht's. Das könnte sogar noch was werden, ey. Crazy shit. Das war's. Ich bin ein exzellenter Fahrer. Das ist der Wahnsinn, was ich da abliefe in dem Game. Das ist echt krass. Wer hätte das denkt. So. Hier wieder das, äh, Tolle. Einkaufszentrum war oder so? Bim. Ach, scha. Shalom. Oh, pfff, alter. Bums, Karabolage hier. Alter, was passiert hier? Hilfe. Nein, ich wollte das gar nicht. Ist auch egal. Was passiert hier alles? Mama mia. Senorita. Nee, nix. Pigs. Ja, Fug. Nein, der Ball. Ich will nicht mit dem Bällchen spielen. Ich bin zwar ein Hund, aber das ist jetzt nicht gut. Junge, warum seid ihr so krass? Hört auf. Ja, 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 ja. Das ist es. Nackte Mandarinen mag ich nicht. Geh weg. Nein, nein, nein. Geh weg mit deinem Kreisen. Yes. Auf Fusion. Fusion. Okay. Ja, 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 ja. Den behalte ich mir jetzt nämlich. Mach einen super duper Giga-Jump. Dann kann mich niemand mehr einholen. Pass mal auf. Wenn wir wieder beim Wasserbecken sind. Jetzt. So, zum Beispiel. Jetzt, pass auf. Also mach ich hier den Krasso-Masso-Stunt. Hier rüber. Bam. Zack. Und Vollgas. Bam. So ne. Haha. Geil, Junge. Sehr schön. So läuft das. Ne? Okay. Jetzt hier. Letzter Durchgang schon. Cool. Drei Runden fahren, ja. Oh krass, hier geht's wieder ab, hey. Die Sprungbums, sie ist wieder am Stissel. So, aber hier, Bam. Alles, pass auf. Wir müssen mal schauen, dass wir wieder den lustigen Weg nach unten nehmen gleich, oder so. Hm, jawoll. Boost, Boost, Boost. Der hat mir mal Boost geklaut, der kleine Puppe. Hier rein. Hier rüber. Zack, zack. Zack, die Kack. Nein, ich habe es verkackt. Nicht so schlimm. Die sind noch nicht da. Huia. Steile Kurve. Bam, bam, bam. Ja, geht schon, geht schon, geht schon. Ah, Blitz. Warum Boost? Oder einen gelben Ball, Alter. Nichts, nichts zu hässliches. Jetzt riecht ich denn da mit. Ah, scheißen. Ameisen scheißen. Ja, ja, das ist, ähm. Ja, ist okay, ist okay. Rüber da, Bam, Bam. Das ist Lust. Nein, das ist ein Blitz. Kack. Scharf, Scharf. Scharf ist immer gut. Ach, Kacken, echt. So, rüber. Ich komme zu sehr entschleudern. Aber man kommt trotzdem ganz gut da ran. Und dann war es das. Yes. Ich bin im Arsch da, echt. Ich fahre die Rennen so gut hier für mich. So, fortsetzen auf jeden Fall. Und Sieger. Das war's. Ähm, das war's schon wieder. Krass. Jetzt ein Rennen ganz oben. Ja, dann. Hops. Gewinne das Rennen. Ja, easy, oder? Dongy, Dongy. Ach, du Scheiße. Boah, ich hätte, glaube ich, hier nicht reinfahren dürfen jetzt. Oder doch? Doch, klar. Doch, doch, das ist richtig rum. So, und dann so. Und gewonnen. Ah ja, Runde 2. Okay. Mann, ich habe mich schon so gefreut, ne? Wow. Aber, Moment, ich fahre jetzt... Was ist hier unten? Das ist generell unten, oder? Jetzt hier. Oh. Ach so. Ja, gut. Ist jetzt auch nichts... Krasses. Ich fahre lieber oben rum. Ich glaube, es ist trotzdem kürzer, glaube ich. Es ist halt eine viel geilere Strecke, um dann hier so rein zu bolzen. Und dann zu gewinnen. Ja. Cool. Sehr gut. Okay. Ähm. Dann. Slinky, der Hofhund. Würde ich noch machen. Ja. Genau. Bleib. Unterrundenzeit. Ach so. Ach, das ist jetzt einfach nur wieder... Ein Zeitding. Das ist doch auch nicht schlecht. Das ist okay. Das sollte ja mal ausgehen. Oh, damn. Wow, wow, wow. Ganz genau, Wolf. Das ist schon süß. Wow. Wow. Ah, knappe Kirschti, aber geschafft. Zack. Nettter Fahrstil. Nettter Fahrstil, danke. Voll cool. Ja, dann geht's schon weiter mit Slinky. Schnee treiben mit Slinky. Rauswurfrennen. Rauswurfrennen. Alle Jahre wieder. Auf dem Sprung. Und Slinky, der Skater. Ich hab erst Stalker gelesen. Auch nicht schlecht. Boah krass. Äh. Was hier los mit Slinky? Ja, dann. Let's, let's. Vollgas. Ins Abenteuerland. Ja, Rauswurfrennen. Oh, Slinky. Rauswurfrennen. Da müssen wir natürlich aufpassen jetzt. Das heißt, es sind so vier Runden wahrscheinlich wieder ungefähr, ne? Wegen Rauswurf. Oh, shit, ist das schlitterig. Auf. Ich will mal hier rein düsen. Yeah, oh. Super geil. Super geil. Oh mein Gott, was zum Fick. Was ist das hier? Was zum Bums? Was zum Bums, Wolf? Warum passt denn, warum passt denn Spazieren? What? Okay. Dün, dün. Dün, dün, dün. Wieso spaziert da jetzt ein Visen nur durch? Wulff, was ist dies? Wow. Gut. Gut. Der Soundtrack ist halt wunderschön, aber, ne? Scheiße. Musst du scharf stellen. Fifofa, vergiss es. Bekomm ich auch was dafür? Okay, Xyz. Das ist sehr sensationell hier. Alles sehr sensationell. Ne, das ist nicht so sensationell. Bas hat mich überholt, der kleine Spacken. Ja? Und das, obwohl ich schon echt geil Abkürzungen nehme. Aber der Fußlappen ist halt echt vollgas'n Lappen. Ney, Porzelbienchen. Alter, du Scheiße. Achso, Runde 5. Fuck. Stimmt. Oh mein Gott. Es geht quasi jetzt um Bas und mich. Oh, nacktes Überleben. Wie habe ich den Boost noch gekriegt? Ich weiß nicht. Weißt du was? Ich fahre jetzt hier außen und nehme mir den Boost noch mit. Komm, komm, komm. Ja, wir müssen ins Ziel schlagen. Geile Sau. Richtig gut. Ich musste es tun. Ah, Leute. Meine Kehle trocknet aus. Ich muss mir gleich trinken machen auch. Ja. Was halt auch ist, der Cola finde ich, das ist nicht durstlöschend. Dieses ganze Gezucker, Gepampe im Maul, was eh schon so gut ist. Süß ist und Schaum. Ich finde Cola, das macht einfach nur noch mehr Durste. Ich muss gleich mir Wasser holen und so. Deswegen, nach Slinkys Gedöns gibt es eine kurze Pause. Alle Jahre wieder. Aber Dark, warum? Ich habe nicht verloren. Sammle Clowns. Oh nein, nicht schon wieder. Ne, ist so. Das macht einfach nur noch Durstiger. Achso, Clowns. Ma, ich bin so auf Rennen jetzt gerade. Ist egal. Okay. Kommt der ist hier. Ha, ha. Das linke ist super lustig, finde ich. Ja. Easy, does. Hier. Komm, 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 komm. Komm, Snoeky. Vollgas. Hopp. Hopp, 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 hopp. Popp, hopp, hopp, du kleiner Poppel. Was? Wo ist die Scheiße? Hier. Here we go. Hier drin. Ich weiß es genau. Hinter der Faktur? wow 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 man ist wirklich nur lustiger als feier es ist so du bist einfach zu süß für cola deswegen ist sie nicht durst löschen für dich was ist das denn süß plus süß oder und dann also es gibt sie nicht was nun so weit ohne getroffen zu werden okay dann wollen wir mal ohne getroffen zu werden hallo spagat affe entschuldigen sie jungen 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 hat auch gewinnen ja nicht nur nicht treffen lassen und so staub trocken ich war einen scheiß zusammen weil ich unbedingt ein item will als schutz scharf was link ist viel zu leise ich verstehe nicht aber man kommt so ultra schnell wieder im game ist das ist so fantastisch wirklich heutige games hätten nur immer ladezeiten 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 und hier ist so ach verloren egal direkt weiter fantastisch herrlich oh man diese scharfe ja ihr jugger pumpen was willst du hier und vier runden crazy ja ich muss los pizzeria Oho, yes, yes. Hops. Hier rein. Yes. Schlinky, lass dich davon nicht beobachten. Obacht. Crazy shit, crazy. Okay, okay, okay. Ich laber hier nur einen riesen Fussel, echt. Direkt hier rein. Zack, zack, zack. Schlinky, Schlinky, du alter Schlinky. Komm lass es, nein. Nein, Buzz. Buzz, du versteh dich. Wow. Tischbein, Tischbein. Hä? 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 So. Hä, 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 hä. Es erschittert mich in Mark und Tischbein. Was? Okay. Yes, of course. Und rüber. Und zack. Und Vorsicht, Hund. Hund. Hund, tschüss. Gewonnen. Hilfe. Das war ein Durcheinander. Mein Daumen tut ein bisschen weh. Vor lauter X gedrückt halten jetzt hier. Slinky, das geht ja jetzt letztes Rennen mit Slinky. Geil. Dann Päuschen kurz, ne? Würde ich sagen. Mal schnellen Wettlauf gegen die Zeit. Achso. Dann wollen wir mal. Bup, 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 bup. Bup. Ah, 25 Sekunden war eh. Schließlich, äh, nix. Steht da wirklich? Tiny Hawk? Oh mein Gott, wie lustig. Da stieg Tiny Hawk Championship. Wegen Tony Hawk und so. Weißt du? Super. Super witzig. Tony Hawk, ey. Ne? Skateboard, äh, Weltmeister war das doch oder so. Ey, die Tony Hawk Zeit. Die 2000er. So, letzte Runde. Ich hab kein einziges Tony Hawk. Spiel hier. Ich hab kein Skateboard-Spiel hier. Fast. Schade. Wow. Komm, es liegt nicht. Auf geht's. Keine Zeit zu verlieren. Super. Super. Gut. Schöne Sache das. Wir haben 96 Soldaten. Das ist gar nicht mal so übel. Sprach der Dübel und verschwand in der Wand. Was? Das hat ihm gefallen. So, wir hatten jetzt noch Aufgaben. Specki. Rex. Und Woody. Alles klar. Machen wir später. Kleines Päuschen. Pinkelpäuschen. Trinkpäuschen, ne? Bis in... Fünf Minuten. Mal fünf Minuten Pause, ja? Bis später. Bist später. Bist du?